EBV, Ursache von Krebs, MS, Multiple Sklerose, Depression und Co. In diesem zweiten Teil zum Epstein-Barr-Virus möchte ich erklären, wie sich das Virus schließlich in unserem Körper festsetzt und was dies für Auswirkungen mit sich bringt. Echt spannend, ich wette, keiner von euch wird die Erkrankungen, die ich gleich nennen werde, ein Virus zuschreiben. Und leider tun das auch viele Ärzte nicht. Und weder Blut- noch Röntgenuntersuchungen können EBV in Organen oder ZNS im zentralen Nervensystem feststellen. EBV und Autoimmunkrankheiten Das Gefährliche am EBV ist, dass das Virus die B-Zellen unseres Immunsystems infiziert. Diese spielen eine ganz wichtige und grundlegende Rolle und zwar sind diese für die Synthese von Antikörpern verantwortlich. Wenn T-Zellen Fremdstoffe in unserem Organismus finden, senden diese Signale an die B-Zellen, welche daraufhin die passenden Antikörper produzieren, damit andere T-Zellen die Fremdkörper bekämpfen, abtöten können. Ganz ehrlich, nochmal ganz konkret. H-Zellen, Helferzellen sagen, hey B, produziere mal was, damit der Mist hier verschwindet. Dann produziert B was und sagt gleichzeitig noch den T-Zellen Bescheid, die dann dementsprechend eine noch effektivere Waffe dagegen haben, um dagegen noch fortzugehen. Jetzt hat es, glaube ich, jeder verstanden. Viele Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, Diabetes, Hashimoto, Lupus oder Motive Sklerose kommen nun genau dadurch zustande, dass das Immunsystem fehlgeleitet wird und Antikörper gegen körpereigene Zellen produziert, diese angreift und abtötet. Um den Zusammenhang zwischen EBV und Autoimmunkrankheiten zu erforschen, haben Wissenschaftler zahlreiche Forschungen gemacht. Dabei sind sie auf einen grundlegenden Mechanismus gestoßen, wie EBV Autoimmunkrankheiten begünstigen kann. Generell ist es bei Autoimmunkrankheiten, dass ein erhöhtes Verhältnis von CD4 zu CD8, also T-Helferzellen, zu T-Zuppressorzellen vorliegt. Es gibt also weniger T-Zuppressorzellen, welche eine Aktivierung des Immunsystems verhindern und damit wichtig dafür sind, dass diese nicht eigene Körperzellen angreifen. Wenn wir davon zu wenig haben, tut das unser Körper halt eben ein gestörtes Verhältnis. Wenn nun aus diversen Gründen, ganz interessant zum Beispiel Vitamin-D-Mangel, die CD8-Zellen ohnehin etwas erniedrigt sind, können die hier dargestellten Schritte zur Entwicklung der Autoimmunität führen. Außerdem wurden weitere von EBV produzierte Faktoren gefunden, welche das Immunsystem beeinflussen und diese schwächen. Genau auf diesen Zusammenhang deuten auch die Forschungen zum Zusammenhang zwischen EBV und Schilddrüsenerkrankungen hin. Sogar bei Schilddrüsenkrebs konnten Forscher eine Korrelation zwischen den viralen Nebenprodukten, Proteinen, von EBV und Krebs erkennen. Wie die Grafikzeit sind beim Schilddrüsenkrebs im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe die viralen Nebenprodukte um die 50%-Faktor erhöht. Ein weiteres Beispiel Lupus. Das war die erste Autoimmunkrankheit, bei der man einen Zusammenhang zum EBV fand. Forscher fanden heraus, dass die ersten dieser Antikörper, die gegen die eigenen Zellen, hauptsächlich gegen die Bestandteile des Zellkerns und der Zellmembran, gerichtet sind, aus Antikörpern gegen den EBV entstanden sind, EBNA-1. Da die Antikörperbindestelle sehr ähnlich ist. Auch bei MS konnten Untersuchungen einen Zusammenhang zum EBV herausfinden. Ähnlich wie bei Lupus konnten sich hier die EBV-Antikörper mit den Antigenen im zentralen Nervensystem kreuzen und damit die Myelinscheiden der Axone unserer Nervenzellen angreifen. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere mögliche Mechanismen, wie EBV zu MS führen könnte. Erkrankung der Verdauungsorgane. Aber auch bei zahlreichen weiteren Erkrankungen wurde ein Zusammenhang festgestellt. Im Zuge der Festsetzung des Virus in den Organen werden dann natürlich auch diese in ihrer Funktion beeinträchtigt. So kann es zu einer Funktionsstörung der Leber mit Beeinträchtigung der Entgiftungsfunktion kommen. Forscher fanden heraus, EBV als Ursache vieler Hepatitis-Erkrankungen. Bei einer Co-Infektion mit H. pliori im Magen kann es zu den Magensäureverringerungen kommen und damit Magengeschwüren bis hin zu Magenkrebs. Auch bedeutet dies eine erhöhte Belastung für den Darm, was die Verdauung beeinträchtigt. Die Folgen sind Fäulnisprozesse, Aufgeblähtheit, eine Störung des Mikrobioms, also unser Darmflora, und die Entstehung des Leaky-Gut-Syndroms. Diese wiederum zieht dann unter anderem Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit sich und so weiter und so fort. Entzündung des zentralen Nervensystems. Schließlich kann sich EBV auch im zentralen Nervensystem festsetzen und damit für eine Reihe weiterer, teils sehr diffuser Symptome verantwortlich sein. EBV setzt sich dabei in verschiedenen Nervenzellen fest und kann diese Bereiche jahrelang entzünden und in ihrer Funktion beeinträchtigen. Hier in der Aufnahme seht ihr einmal A, die B-Zellen, B, die Asterozyten und C, die Mikroglia. Die Funktion steht drüber. Eingefärbt. Die Pfeile zeigen an, dass in diesen Zellen ebenfalls EBV-Marker enthalten sind. Die Symptome können sein diffuse Muskeln, Gelenkschmerzen, gereizte, empfindliche Stellen, Rückenschmerzen, Taubtheib und Kribbeln in den Händen und Füßen, Tinnitus, Migräne, Schwindel, Erschöpfung, Schlafstörung und Gedächtensstörungen. Als Krankheitsbild festigt sich dies unter der Krankheit Fibromyalgie oder chronisches Erschöpfungssyndrom. Diese sind dann meist auch die Erkrankungen, die bei einem Arztbesuch diagnostiziert werden. Das EBV, die eigentliche Ursache dabei ist, wird in den meisten Fällen völlig übersehen. Aber nicht nur physiologische, sondern auch psychologische Symptome können Wissenschaftler in einem Zusammenhang mit den chronischen Nervenentzündungen bringen. So wurde herausgefunden, dass bei Frauen ein enger Zusammenhang zu Depressionen besteht. Bei Männern konnte dies nicht nachgewiesen werden. Je höher der Nachweis von EBV, die er nahe im Speichel der Frau war, desto schwerwiegender die Symptome der Depression. Krebs EBV war der erste Virus, bei dem eine krebserregende Eigenschaft nachgewiesen wurde. Und mittlerweile wurde er in einer Vielzeit von Krebsarten festgestellt. Dabei wird über zwei Signalmoleküle in EBV-infizierten Epithelzellen die Produktion von Wachstums- und Überlebensgenen der Zelle und deren Transformation aktiviert. Abschließend Mitochondriale Dysfunktion Die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen. Bevor ich das Video nun beende, denn das war eindeutig sehr viel Input und eure Köpfe rauchen, das rieche ich bis hierhin, möchte ich noch einmal meine Meinung nach ganz zentralen, wichtigen Aspekten richten. Und zwar fanden Wissenschaftler Hinweise dafür, dass das EBV eine mitochondriale Dysfunktion hervorruft. Und das würde meiner Meinung nach ganz viele der oben genannten Symptome erklären, da die Mitochondrien die Energieproduzenten unserer Zelle sind und damit für alle Prozesse im Körper und für die Aufrechterhaltung einer gesunden Körperfunktion absolut essentiell sind. Aber zu Mitochondrialen Dysfunktionen wird auch noch ein separates Video kommen beziehungsweise vielleicht sogar ein separater Online-Kurs, der das einmal wirklich alles komplett aufdeckt, was man da tun und machen kann, weil es wirklich vielleicht sogar das Entscheidendste überhaupt ist, wenn es um Thema Gesundheit geht. Denn ohne Mitochondrien keine Energie. Also wie ihr gesehen habt, ist der Epstein-Barr-Virus sehr tricky und kann für viele sehr un- oder fehldiagnostizierte Symptome verantwortlich sein und deren Körper ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen. Genau deswegen wird der Wissenschaftler wohl noch bestimmt einige Weile beschäftigt sein, bis sein ganz genauer Mechanismus identifiziert ist. Ich bedanke mich hiermit fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über die Daumen natürlich, über unsere Arbeit für dieses Video. Vergesst das Abo nicht, dabei auf die Glocke zu drücken, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut, meine liposomalen Supplements, vier- bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit. Würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen. Als Dankeschön. Bis zum nächsten Mal sage ich, bis zu Teil 3. Bis dahin, gutes Schaffen. Bünd nya uci Bünd nya Bünd nya Bünd taxi Bündhi Bünd 내